Hallo zusammen, ich bin weiter unterwegs hier in Norwegen und befinde mich jetzt in Rysøer und gleich am Anfang gefiel mir eine dieser Kirchen ganz besonders gut. Wenn ich mich nicht vertue, ist das diese Stabkirchentechnik und die ist ja hier in der Region ganz bekannt. Ich werde mir demnächst auch noch eine ganz genau anschauen, die so super duper sein soll, dass alle von schwärmen. Hier die Kirche auch mal von hinten. Die ist jetzt nicht im besten Zustand vielleicht, aber ich wäre trotzdem unheimlich gerne reingegangen. Aber ist alles verschlossen. Die letzten Öffnungen waren im Juli und dann auch nur zu bestimmten Terminen. Aber es kommt bestimmt noch die Gelegenheit sich auch hier meine Kirche anzuschauen. Ich gehe gerade hier Richtung Rysøer, so ein kleines Stück nur, ich hole gleich das Fahrrad auf jeden Fall noch, aber durch so einen Pinienwald und das düftet, als wäre man irgendwo an der spanischen Küste wäre. Herrlich! Hier auch so ein kleiner Wassertümpel, wo ich jetzt gar nicht groß weitergehe. Mich hatte heute morgen noch eine Bekannte gefragt, wie es aussieht mit Insekten, Mücken und so weiter. Ich sage gar nichts. Seitdem habe ich das Gefühl, überall Mücken. Ich habe auch zwei Stiche, die relativ dick werden, aber erst mal abwarten. Das ist wahrscheinlich nur die erste Reaktion, bis ich dann da auch immun bin. So, jetzt aber aufs Fahrrad und ab nach Rysøer. Auch heute bei herrlichstem Wetter. Ich habe mich schon eingecremt, weil ich gestern tatsächlich einen leichten Sonnenbrandwetter hatte. Also im letzten Video für euch. Jetzt musste ich mich hier erstmal orientieren. Ich war gerade irritiert, weil das Auto sich gar nicht gut anhörte. Wo es lang geht. Weil hier soll es das eine oder andere barocke Juwel geben. Ach, da steht schon Zentrum. Da muss ich hin. Ich hatte mich immer gewundert, warum die Leute mehr oder hier sind. Und ich glaube hier, wenn man am Zebor Streifen nicht anhält, waren 400 Euro. Und das sind Summen. Da werden alle vorsichtig und aufmerksam, glaube ich. Es ist einfach schön, wie freundlich die Leute hier sind. Und die freuen sich immer. Der Radweg, Gehweg, was auch immer, ist ja nicht so breit. Und jetzt kamen gerade zwei Frauen von vorne. Dann habe ich rechts angehalten, habe eben an so einem Felsvorsprung mich angelehnt, habe die vorbeigelassen. Und dann haben die sich sofort bedankt. Und was man alles so sagt, es ist echt toll. Und immer am Lächeln. Das Land des Lächelns ist gar nicht China. Das ist Norwegen. Weiß bloß noch keiner. Hier mal nur kurz einen Blick über den Friedhof. Das sind hier alles mehr oder weniger Grünflächen, wo dann wirklich vorne nur so 30x30 Platz für eine Blume ist. Sieht aber immer super gepflegt aus. Und auch total schön irgendwie. Genauso wie die Pfarrhäuser, Kirchen, die dabei sind. Hier geht es weiter runter Richtung Zentrum und Rehus Bien. Das ist irgendeine Attraktion. Und das weiß ich mittlerweile, wofür diese braunen Schilder mit diesen komischen Zeiten sind. Und wenn ihr nicht unbedingt kostenlos parken wollt, so wie ich das am liebsten habe, könnt ihr hier in diese Gemeinden überall einfach reinfahren. Es gibt echt überall reichlich Parkplätze, die natürlich kostenpflichtig sind, gar keine Frage. Aber geben tut es die. Und hier geht es zum Parkplatz für Bobilea. Und Bobilea müssten Wohnmobilea sein. Und der wäre dann hier. Hier an dem Parkplatz ist auch wieder so eine Pump-Track-Anlage für BMX-Fahrer hauptsächlich. Oder Dirtbikes geht auch noch. Und dort draußen am Haus ist der Wasseranschluss, um sein Frischwasser aufzufüllen. Muss ich ja mal schauen, ob sich das für mich vielleicht auch noch lohnt. Ansonsten hier schöne Edelstahlbänke, die jetzt in der Sonne bestimmt sich gut aufgewärmt haben. Ein kleiner Teich. Und ansonsten ein bisschen Wiese, ein bisschen Häuser. Da oben wieder die Nationalflagge, wie sie hier fast überall zu sehen ist. Und ich flitze mal weiter in den Ort. Ist das nicht schnuckelig, hier alles so in diesem Weiß? Vor allem bei dem Wetter, da strahlt ja alles. Dann hier durch solche Gassen durch. Klasse! Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, der abgesenkte Bordstein hier, hat ungefähr die Höhe wie bei uns normaler Bordstein. Also wenn man da mal eben runterrummst, sollte man achtsam sein. Habe ich gerade wieder nicht dran gedacht. Ich habe mal irgendwo Berichte gesehen, ich glaube aus Australien, wo die dann auch so in diesen doch besiedelten Gebieten waren. Da sah es ähnlich aus. Vielleicht irre ich mich auch. Da ich mich mittlerweile brav an die Verkehrsregeln halte, bin ich jetzt einmal rechts, um dann gleich wieder links und links zu fahren, damit ich nicht entgegensetzt der Einbahnstraße unterwegs bin. Ja, hier wurde wohl warm saniert. Man riecht es auch noch deutlich. Es ist wohl noch nicht ganz so lange her. Es riecht noch nach nass und verbrannt. Aber ich fahre jetzt erstmal hier hoch, wie ich gerade schon erwähnt habe. Das ist mal ein Name für das Arbeitsamt. Arbeitsparken. Da kann sich jeder selber seine Gedanken drüber machen. An Christchurch erinnert mich das ein bisschen. Genau, da habe ich einen Bericht drüber gesehen. Wenn man hier so durch die einzelnen Gassen durchschaut. Mich zieht es als erstes wieder da runter, da ist das Wasser zu sehen. Ich lasse mich mal entspannt hier runterrollen entlang dieser schönen Häuser. Hat so ein bisschen was vom Kolonialstil. Eines im Reiseführer stand da eindeutig barock. Ich habe extra noch mal nachgelesen. Vielleicht kommt da ja noch was. Aber auch so auf keinen Fall zu verraten. Auch das ist umlandlich. Und dann hier im Hafen natürlich jetzt schön da vorne so eine Holzbootflotte. In diese Richtung geht es Richtung Fiske Market. Das hörte sich gut an. Und deswegen geht es da jetzt auch lang. Ach, schaut mal hier, diese Metallfiguren. Ach, gut, dass ich keinen Garten mehr habe. Jetzt müsste ich mir da auch noch Gedanken drüber machen. Hier sind diese schönen Boote, was ich vorhin sagte. Dort ist das Resor Fischmuseum, Aquarium, wie soll ich es nennen? Soweit mir das anhand der Hinweisschilder möglich war, das zu entziffern. Siehe aber doch eher nach Restaurant aus, da habe ich mich vertan. Aber das Aquarium soll auch hier sein. Mal sehen. Ich bin jetzt hier in so einer Neubausiedlung. Aber wenn ihr zwischen den Häusern mal durchschaut, Mitte Rundummeerblick. Ich hoffe, ich komme zum Stehen. Und nicht zum Liegen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es hier im Winter so kalt sein soll. Und alles vereist und schneebedeckt. Und womöglich noch Eisbären. Keine Ahnung. Gerade nicht vorstellbar. Das hatte ich doch vorhin von der anderen Seite gesehen. Jetzt bin ich gerade schon dran vorbei. Muss ich doch mal zurück. Ach, und hier ein kleiner Sandstrand. Herrlich. Packt die Badehose aus. Los geht's. Würde sich echt anbieten, wenn das Wasser nicht so extrem frisch wäre. Ja. Also hier so Richtung Einfahrt. Sind diese Kanönchen doch gut ausgerichtet. Wer da reingekommen ist, sollte sich dessen bewusst sein, was ihn hier erwartet. Auch von hier nochmal ein schöner Blick über die Städtchen. Hier ist so ein kleiner Kutter und hier duftet es auch sehr fischig. Deswegen lasse ich mich jetzt einmal hier runterrollen. In der Hoffnung, dass mich keiner als Fischkopp bezeichnet. Rund vom Hof ja. Ja. Hier kriegt man seine Sachen auf jeden Fall noch fangfrisch. Hier nochmal von der anderen Seite dieser kleine Fischereihafen schön zu sehen. Und ich fahre jetzt entlang. Hier so eine Küstenstraße. Richtig schön. Auch der Blick immer wieder raus auf diese Scheren hier. Überwältigend. Ich habe jetzt schon einige gesehen. Trotzdem flasht es mich total. Der Betrieb ist auf seiner eigenen kleinen Insel. Wer kann das schon von sich behaupten? Ich radel einfach diese Küstenstraße hier noch ein bisschen weiter. Gucken, was hier noch zu sehen ist. Ich hoffe mit den Windgeräuschen das geht. Dank der Puschel noch. Weil es ist schon ein sehr kräftiger Wind. Auch wenn man das vielleicht nicht so sieht an den Bäumen oder am Wasser. Aber es ist sehr warm. Daher alles egal. Ich weiß nicht wie lange ich hier radeln kann. Es ist mir aber auch völlig schnubbe. Und wenn ich bis dahin hinkomme. Ich fahre jetzt so lange wie es irgendwie heute machbar ist. Wenn man immer nur weiter fährt und weiter fährt und weiter fährt, kommt man an solche traumhaft schönen Ecken hier. Sieht zwar gerade vielleicht ein bisschen chaotisch aus wegen den ganzen zerhackten Steinen und so weiter. Aber rundherum könnte es nicht besser sein. Mittlerweile bin ich wieder mehr oder weniger im Nirgendwo von Norwegen auf so einer normalen Landstraße unterwegs. Und genieße schon seit einer Stunde im Grunde diesen Ausblick. Der sich gar nicht so groß verändert. Weil die Strecken ja doch schon recht lang sind hier. Ah, da kommt wieder einer mit seinem Bötchen. Die haben auch all ihren Spaß hier. Und so zwischendurch ist dann wie da wieder auf so einem Hügel ein kleines rotes Häuschen zu sehen. Erkennt ihr das da zwischen den Häusern auch? Da kommen wir gerade so einen Hügel hoch. Ganz weg vom Tourismus im Grunde, denke ich. Da fährt man hier so eine Küstenstraße lang. Und dann ragen da oben so zwei große Schiffe über die Häuser. Spiel, Spaß, Spannung. Markus unterwegs. Ich weiß nicht, ob das eine Werft ist oder nochmal ein Hafen hier. Aber es sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Kraner, Ski und Kajak gibt es hier. Ich mache die Kamera nochmal kurz aus. Dauert wohl noch ein Momentchen, bis ich dann irgendwie da direkt bei den Schiffen bin. Ja, da scheinen so ganz große Fangschiffe zu sein. Dann muss man mal eine Seite. Kommt noch ein Auto. Auf jeden Fall sehr imposant. Ich versuche das Ganze nochmal von der anderen Seite. Der war nicht so begeistert, dass ich da Fotos mache. Warum nur? Guckt euch mal alleine oben diese Auspuffanlage an. Sieht aus wie Geschütze, die da irgendwie mitschießen wollten. Wahnsinns Teile. Hier stehen ja zwei so nebeneinander. Das ist schon riesig. Ich weiß nicht, ob ihr die Leute erkennt, die da unten hergehen. Aber dann hat man mal so ein Größenverhältnis wieder. Ich habe ja gerne immer so einen Vergleich dazu. Der letzte Ort, wo ich gerade durch bin, war Holmen. Und jetzt geht es hier wieder deftig runter. Aber die Sonne brennt so was vom Himmel. Also gibt es überhaupt nicht. Wenn es diese Videos nicht gäbe, würden wahrscheinlich alle sagen, der war in Malle und hat in der Sonne gelegen. Unglaublich einfach. So ein Glück immer. Nicht beschreien, weil dann geht es daneben. Aber bis jetzt läuft es echt. Ich dachte, ich laufe hier gerade mal so einem Trampelpfad nach. Aber hier ist ein Briefkasten. Ob es da auch zu einer Hütte geht, wäre hier nicht unüblich. Deswegen spare ich mir jetzt glaube ich den Rest, weil ich das Rad auch dabei habe. Und dort oben ist mal so ein richtig klassischer Wohnblock. Den habe ich bisher hier noch nirgends gesehen. Die werden wahrscheinlich bewusst hier wohl im Hinterland gebaut, wo sie keinem groß auffallen. Ansonsten radel ich hier um Kurve zu Kurve und denke mir jedes Mal, wenn du bei der nächsten Kurve nicht siehst, wo es hingeht, dann drehe ich um. Und ich glaube, hier bei der nächsten, werde ich das auch mal warm machen. Weil ich habe ja den Ort auch noch nicht komplett erfahren können. Und das will ich mir auf keinen Fall entgehen lassen. Aber mich reizt halt auch immer das Drumrum. Und ohne Schweiß und Fleiß kein Preis. Ja, ich habe mich entschieden umzudrehen. Jetzt wieder so, weiß ich nicht, 10, 15 Kilometer zurück erstmal, bis ich so halbwegs am Hafen bin. Hier rechts vor mir ist noch eine psychische Klinik. Habe ich jetzt ganz bewusst nicht gefilmt. Und danach war immer noch nicht zu erkennen, wo es denn irgendwo hinführen könnte. Außer Hinweisschild 12 Kilometer, nächster Ort. Aber das will ich mir nicht antun bei den Temperaturen und dem Bergauf, Bergab die ganze Zeit hier. Wo ich hier heute das erste Mal hergekommen bin, ist mir dieses eine Haus aufgefallen. Und zwar nicht dieses braune, holzfarbene, sondern das danach. Ein ganz anderer Stil, wie sonst hier üblich. Aber super schick. Ja, ich habe jetzt doch noch Zugang zu den Schiffen gefunden hier. Man kommt zwar nicht ganz dran, aber ich sitze jetzt auf 50 Meter Entfernung. Schön an so einem Holzsteg hier. Mit klasse Aussicht. Da drüben auf die Küste. Ich zoome das Ganze mal ein bisschen für euch ran. Und versuche dann langsam zu schwenken. Damit es auch gut zu erkennen ist. Und das Ganze geht dann hier so rüber, übers Wasser und dann entlang dieser schönen Häuser, direkt in erster Linie am Wasser. Und wenn man aus dem Zoom raus geht, erkennt man noch das Schöne an dem Hang dahinter. Also der heutige Tag sollte der sein, der bewölkt ist und ab morgen soll es richtig gut werden. Ich schaue hier so wie auch daheim gerne morgens so ein Morgenmagazin. Daheim natürlich bei der ARD und hier beim norwegischen ersten Programm. Verstehen tue ich natürlich so gut wie nichts, aber es kommen auch internationale Nachrichten. Und da hört man dann auch den O-Ton aus Deutschland zum Beispiel. Und, was mich am meisten juckt, der Wetterbericht. Und der soll morgen super sein. So, wieder am Hafen. Also Zentrum im Grunde. Dann werde ich jetzt dann die Runde einfach mal in die Richtung fortsetzen. Mal gucken, was mich, beziehungsweise euch da noch so erwarten kann. Außer so die üblichen Fressbuden, sage ich mal, selbst Dönerläden, war jetzt hier auf dem ersten Stück nicht ganz so viel. Außer jeder riesen Anker, der mir persönlich natürlich wieder sehr gut gefällt. Und diese Gassen hier. Da habe ich auch einen Narren angefressen. Ja, und das ist ja klasse. Eine Bar, also eine schwimmende Bar, Pier 1 nennt sich das Ganze. Das ist super schön. Und so zieht sich das hier ein bisschen weiter mit der Außengastronomie. Nicht so schön wie das direkt auf dem Wasser, aber immer noch schön. Und das hier ist das Riesor Aquarium, was so groß beworben wird in den Reiseführern. Na ja. Rechts davon, das ist schon öffentlich in Toiletten und sowas. Also es geht um dieses Gebäude hier. Die Größe ist relativ. Genauso wie hier beim Hotel Riesor. Es kommt nicht immer auf die Größe an. Glaubt ja keiner. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Rückwärts einparken mit dem Schiff. Und wie flott der ist. Das möchte ich mir jetzt ja noch anschauen. Wetten, dass er es nicht schafft? Nein, wird schon alles passen. Oh, ich finde trotzdem, dass der das echt flott macht. Ah, jetzt wird er ein bisschen hektisch. Ja, passt. Nicht schlecht. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Vielleicht für euch auch interessant. Ist das nicht schön hier, die ganzen kleinen Geschäfte? Dettel-Lily-Hotel. Sparebank. Hier ist die Sparkasse drin oder sowas. Alles auf kleinstem Raum. Total schön. Hier auf der Seite ist Bibliothek, Kino und Theater. Alles in einem Gebäude. Jetzt bin ich in Mindalen angekommen. Und hier wird ein Fleckchen schöner als das andere. Also ich radel immer noch. Und dachte mir hier runter, das sah so verlassen aus. Das ist bestimmt eine schöne Ecke. Vielleicht auch um eine Nacht zu bleiben. Aber es ist alles Privatgrund hier. Und ich weiß nicht, inwiefern ihr das wisst, aber auf Privatgrund ist es halt absolut verboten. Was ja nachvollziehbar ist, da zu übernachten. Oh, hier links ist schon mit so einer schönen Allee am Eingang. Haupthaus neben Gebäude. Ja, ist nicht immer alles klein und fein. Es gibt auch groß und fein. Und ich möchte gerne hier unten ein kleines, feines Plätzchen haben, wo ich parken darf. Oder nächtigen. So wie hier. Da reinfahren bis ans Ende. Schranke. Nein, Schranke. Dort wäre es auch toll. Nein, Durchfahrt. Dann erstmal hier über diese kleine Brücke drüber. Das ist ja traumhaft. Ich muss hier mal kurz halten und euch das zeigen. Da lächeln selbst die Cabrio-Fahrerinnen mit deutschen Kennzeichen. Ein toller Anblick. Ein kleines Stück rolle ich noch weiter. Es ist einfach zu schön hier. Mal eben Platz machen. für die Feuerwehr. Der kam so flott über die Brücke. Aber flott können die hier alle ganz gut. Auf den Nebenstraßen. Ich warte mal, da kommt noch einer mit Anhänger. Und da geht es weiter. Es soll ja immer noch im Genuss bleiben hier. Und das ist es definitiv. Hier sind auch überall Stellen, wo man schön ins Wasser kann. Aber klar, wenn die die Möglichkeit haben, das hier als Privatland zu deklarieren, würde wahrscheinlich so ziemlich jeder machen. Hier neben diesem Gebäude sieht das so aus, als wenn es ein freier Parkplatz wäre, ohne irgendwelche Verbotsschilder bis jetzt. Und man ist direkt an der Badestelle. Ja, das gefällt mir doch gut. Ja, kann man machen. Da muss man gerade die Viecher wegpusten. Ja, hier werde ich nicht weiter fahren, weil da hinten geht es schon wieder den Berg hoch, sehe ich gerade bei den Autos. Irgendwo ist es auch mal gut. Das muss reichen für heute. Ich werde jetzt mal hier ans Wasser gehen. Das ist diese Badestelle, was ich vorhin erwähnt habe. Und so hat man auch mal einen schönen Blick hier. Komplett über den Fjord. Ja, ich würde sagen, mit den Bildern verabschiede ich mich von euch. Das war es wieder mal für ein Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Natürlich weiterhin aus Norwegen. Macht's gut. Euer Markus. Tschüss. Ich hoffe. Tschüss. Ich hoffe. Wir sehen uns beim nächsten Mal.